D 1 D Bist du ein Freaky? Äh, Hunter! Will auch! Aaaaaaah! Alter, ich will einfach mal kein Leben machen! Ey, der Typ da oben hat! Und der hat noch... Und der hat noch... Die rauben meinen Toten aus! Also ich... Ja, ich hab schon alle Sachen rausgenommen! Die Waffe ist aber nicht so ganz mein Ding! Egal! Sniper! Schon wieder ne Kettensäge! Wo, 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 wo? Da, hier! Meins! Moment, wie Ben, mal ganz die Aufnahme! So, da bin ich wieder! Ich hab mal ganz die Aufnahme, Ben, weil mein Bruder grad nach Hause gekommen ist! Ähm... Piep! Piep! Mieeeep! Mieeeep! So! Ach, mein Bruder spannt mich und nervt mich. schon das scheiße aber auch Prozent auch das Flugzeug ist wenn sie noch auch noch ein ja genau da bin ich dann es noch verrückt halt die Fresse als Mol Ako mehr kommen ja komm 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 vor allem wir hatten es vorhin bei uns in circa 24 Grad ich durfte in der Sonne stehen und arbeiten er ist also da ist nicht das gab es du arbeitest um ein paar stelle vor praktik um weiter körperliche betätigung ja ohne scheiß ohne maus oder btf macht mir Angst ja ich auch voller perversling ja arbeiten jetzt über hier umgebracht ja genau schiene türen irgendwie fest alterlos die Leute aufgewiegelt uuuh stark oh Gott was hat denn das ich hab nie ich hab vorher noch nie das Wort aufgewiegelt gehört ich auch nicht ja die die wollten wir wollten wohl den ach Gott nein nein ja geil während hinter mir ein Hunter und einen Jockey und einen Jockey nein 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 geh weg du Schlampe die wollten wahrscheinlich dem Bildungsauftrag gerecht werden diesem aufgewiegelt auch überhaupt nicht viele tote ich gehe ohne euch weiter ihr seid scheiße du bist scheiße deine mutter ist scheiße ich weiß ja ich bin ja als wäre deine mutter nicht scheiße genug dich zur welt gebracht zu haben okay der war billig ich weiß aber gut der war richtig billig ganz kurz ein heftigen lag ja nicht nur du war das war das ein interner lag ich habe es auch falsch oder wdf ich muss da glaube ich wieder rein hilft mir aber jemand was willst du ist nicht nötig oder so aber schon nicht schlecht weiß was achs rauskommt irgendwie erinnert mich die schmerzmittel hier immer an Max Payne kennst du oder noch kennst du noch Max Payne ja natürlich doch kenn ich das war noch Zeiten das waren damals meine Zeiten man ich zieh nicht unten weiter nö warum auch auch die Seite draußen oh meine Couch hier ist meine Couch die habe ich vor zwei Jahren hier abgelegt haha ach hier habe ich früher gewohnt ah hier ist meine Badewanne hier habe ich vor fünf Jahren reingepisst boah bist du gehnert hast du gerade wirklich mich für den Sonny gehalten ja so hässlich bin ich noch lange nicht ich bin schwarzer Schokobär nein mein Charakter auf jeden Fall na du bist bestimmt dann auch wahr du würdest ja nicht Couch lieben Alter BANG kopf weg ist Sniper BANG ach du hast ein Sniper ja sicher hier liegt ne Pipebomb hätt ich nicht mal schon eine wahr ja ich hab auch schon eine wo ist ne Hunter hin da ist er doch hat von mir jetzt gerade ein No Scope abbekommen BANG auf jeden Fall wissen wir der Hunter kann schwimmen und auf jeden Fall wissen wir dass Smoker keine Eier haben der ist nicht mal zusammengezuckt als ich ihn drei Kugeln in die Eier geschossen hatte er hat es war also das ist unmenschlich äh nein Tomi ist noch voll menschlich noch mal normal ja so gesehen schon haben eine menschliche Höhle und auch ein Inneres ich liebe sie ich hoffe sie sind viel besser als Menschen ja und da ist ein Abendrat geflohen Ohrkomba Schottgang Komma Schottgang Möhm auch geil ja hallo Tänk wie geht's mir heute warst du bei der Therapie warst du bei der Therapie hab ich gefragt es nur ich hab den in der Gewalttherapie geschickt ja und ich hab sauer Regen enthalten ja weil du zu blöd was Mann ist schon wieder Hilfe ich Spackfest weil ich zu blöd war was zu machen ey komm aua au sorry ich war grad out of ammo ich hab nicht nachgeladen ich werde grad angerufen und Skype ja dann fickt sein Kopf man aber ich bin Invis ich werde nicht angerufen ich bin immer okay ich bin immer Invis also hier vorne ist Safety Room okay dann stehe ich hier drin und Ben mal kurz die Aufnahme ne er macht mir nicht die Tür zu ja ich habe es nicht mehr ich habe es entschieden ich habe es gesehen also ich habe es gesehen ich habe es gesehen Vielen Dank.